One-Pot-Gerichte sind für alle etwas, die wenig Zeit haben, sich aber trotzdem gesund und ausgewogen ernähren wollen. Für unsere Hähnchenpasta benötigst du nur wenige Zutaten. Alle genauen Mengen und Angaben findest du unter diesem Video. Gebe einfach alle festen Zutaten in eine Auflaufform und anschließend verrührst du alles für deine Soße. Gibst am Ende noch Wasser obendrauf und das Ganze dann gewürzt für 30 Minuten in den Ofen. Schon ist dein One-Pot-Gericht fertig zum Sofortgenießen oder zum Mitnehmen. Folge uns für weitere Rezepte und Ideen.